Um ungepellte, gekochte Eier aufzubewachen, sollten diese zunächst Raumtemperatur haben. Lege sie innerhalb von 2 Stunden nach dem Kochen in den Kühlschrank. Wenn die Eier bereits gepellt sind, gib sie in eine Schüssel mit kaltem Wasser und stelle sie dann in den Kühlschrank. Alternativ kannst du die Eier auch in eine luftdichte Dose geben. Lege ein feuchtes Papiertuch über die Eier, bevor du die Dose verschließt.